Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist eine richtige Rakete, glaube ich. Das ist mit der Bauchgut gestern durchgedessen. Das ist mit der Bauchgut gestern durchgedessen. Ich hatte so eine gewisse Erfahrung, wo es gut landen, weißt du? Ach nee, ich habe das ja hier nicht gedacht. Und das Schöne ist, da ist mein selbstgebauter Köder dran. Ich sage mal so, ich bin gut aufgestellt hier. Ja, sehr schön. Und jetzt so weiter wie wir jetzt. Ich sage mal so, ich bin gut. Ich sage mal so, ich bin gut. Ich sage mal so, ich bin gut. Ja. So, gleich mit der Gewichtsverteilung aufpassen. Ja, der Kamera nehmt die. Da nimmst du mal die Eimer weg, da muss ich gleich hintreten. Ja. 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 Guck mal vorne, ich bin noch Platz. Er ist gleich da, 10 Meter. Ja. Da kommt er. Da kommt er. Da kommt er. Da kommt er. Da kommt er, glaube ich. Ja. 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 Ich habe mir das gewünscht. Ich habe mir das gewünscht. Ja. 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 Gone infect. Yeah. Da muss ich differ if cock. Ja.